Für mich ist es auf jeden Fall interessant, mich zu vernetzen mit anderen Tierkommunikatorinnen. Es ist schon so, dass man mit der Zeit seine Spezialgebiete auch ein bisschen entwickelt. Und sollte sich jetzt mal ein Kunde an mich wenden, der ein Gebiet braucht, das ich jetzt gerade nicht so bedienen kann, so kann ich ihn auch verweisen an eine Kollegin. Das finde ich auch eine tolle Sache. Und natürlich die Qualitätssicherung. Also ich schätze sehr den Hintergrund, den ich bekomme vom Bundesverband, die Fortbildungsmöglichkeiten und auch, dass man sich einfach mal besprechen kann bei einem Fall, wo es Unklarheiten gibt. Der Vorteil ist, ich bin nicht alleine, sondern ich fühle mich im Verbund mit anderen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich auch besprechen kann. Und der Bundesverband bietet mir auch einen seriösen Hintergrund, was von vielen Kunden sehr geschätzt wird.